Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichten-Podcast von Standard. Wladimir Putin soll nach Wien kommen, zu Friedensgesprächen mit der Ukraine, zumindest wenn es nach der FPÖ geht. Um diese Idee zu präsentieren, luden die Freiheitlichen gleich eine ganze Delegation an alternativen Medien ins EU-Parlament ein. Darunter auch Medien, die als rechtsextrem eingestuft werden. Aber nicht nur in der offiziellen Politik setzt die FPÖ auf die Nähe zu Russland. Auch den Kontakt zur russischen Schattenwelt dürften manche Freiheitliche regelmäßig pflegen. Natürlich geht es auch darum, eine Partei zu beeinflussen, wenn man deren Politiker einlädt. Wir sprechen heute darüber, warum die FPÖ eine Gruppe an zum Teil rechtsextremen Medien ins EU-Parlament holt und was es für Österreich und Europa bedeutet, wenn sich eine Partei, die in den Umfragen weit vorne liegt, für Interessen des Kremls einsetzt. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur investigativ hier beim Standard. Dass einzelne FPÖ-Politiker sich gut mit russischen KollegInnen verstehen, das ist in Österreich, um ehrlich zu sein, nichts Neues. Wir erinnern uns vielleicht noch, unter Strache gab es sogar eine Arbeitsvereinbarung zwischen der FPÖ und der Partei von Russlands Präsident Wladimir Putin. Jetzt wurde aber bekannt, dass es möglicherweise nicht nur solche offiziellen Bekanntschaften zwischen der FPÖ und russischen VertreterInnen gab. Was hat es damit auf sich? Ja, also was wir herausgefunden haben ist, dass Heinz-Christian Strache den Kontakt von einem Diplomaten unter Anführungszeichen an seinen Kabinettschef weitergeschickt hat, damals als er Vizekanzler war und quasi aufgefordert hat, dass man einen Gedankenaustausch zwischen jungen Beamten aus Österreich und Russland, was auch immer das heißt, koordinieren soll über diesen Kontakt. Und das ist für uns schon sehr interessant gewesen, das zu sehen, vor allem wenn man sich diesen Mann anschaut, diesen Diplomaten. Und das zeigt eben über dieses übliche Auslandsreisen, Delegationen in Empfang genommen werden von möglicherweise zweite, dritte Reihe russischer Politiker, dass das schon auch tiefere Kontakte und auf anderen Ebenen gegeben hat. Und wenn du hier von tieferen Kontakten und anderen Ebenen sprichst, was ist damit gemeint? Die FPÖ hat ja sehr rasch, nachdem Heinz-Christian Strache die Partei übernommen hat, Kontakte nach Russland geknüpft. Und da war es meistens so, dass sie dann eben nicht von Wladimir Putin oder Dmitry Medvedev in Empfang genommen waren, sondern da hat man dann halt irgendwelche Gouverneure russischer Provinzen gefunden oder irgendwelche Abgeordneten aus der Duma. Das heißt, die FPÖ war lange Zeit nicht auf dieser sozusagen obersten Ebene, sondern wir haben beobachtet, das sind halt dieses typische Milieu an russischen Politikern, die quasi so ein bisschen unter Anführungszeichen schmuddelige Politiker aus Europa in Empfang nehmen, ob jetzt aus der Le Pen-Partei, Liga Nord oder AfD oder eben FPÖ. Die FPÖ hat dann zwei Sachen gewissermaßen geschafft, also einerseits durch die Zeit in der Regierung, durch die Ministerien, dass man die oberste Ebene trifft, also dass Strache zum Beispiel mit Putin aufeinander trifft bei der Hochzeit von Karin Kneißel oder bei anderen Terminen und dass es sozusagen noch eine andere Ebene gibt, eine verdecktere Ebene. Die haben wir da jetzt eben durch diese Chats und durch diesen weitergeleiteten Kontakt festgestellt. Die verdeckte Ebene, also im Prinzip Agenten oder Spione. Du hast jetzt von Karin Kneißel und HC Strache gesprochen, beides Politiker, die nicht mehr in der Regierung tätig sind. Gibt es noch andere FPÖ-PolitikerInnen, die da womöglich mit russischem Geheimdienst in Kontakt gestanden sind oder noch stehen? Also es lässt sich ja, das muss man vorab festhalten, sehr schwer sagen, dass jemand in Kontakt mit einem russischen Geheimdienst steht, weil die Personen, die zuständig sind dafür, Politiker in Europa anzuwerben, treten sicher nicht als Spione und Agenten auf. Das sind oft akkreditierte Diplomaten oder eben auch Politiker aus der zweiten, dritten Reihe etc. oder Militärs. Also die haben viele verschiedene Hütte auf und deswegen lässt sich das auch so schwer dann konkret sagen. Aber natürlich geht es auch darum, eine Partei zu beeinflussen, wenn man deren Politiker einlädt als zum Beispiel Wahlbeobachter, wenn man ihnen Delegationen ermöglicht, zum Beispiel nach Tschetschenien. Ein Name, der da natürlich immer gefallen ist, ist Johann Gudenus, der jetzt auch nicht mehr aktiv ist nach dem Ibiza-Video. Der war sicher ein Moskau-Verbinder für die FPÖ. Aber es gibt schon noch Personen, nach wie vor, die Kontakte Richtung Russland gepflegt haben. Zu nennen ist er zum Beispiel Axel Kasseger, der ja bis zur Taliban-Affäre der außenpolitische Sprecher der FPÖ war. Du hast eingangs schon diesen Diplomaten erwähnt, zu dem Heinz-Christian Strache Kontakt gehabt haben dürfte. Ein gewisser Daniel Bisslinger. Kannst du zu ihm noch mehr sagen? Wer ist er und wie steht er in Verbindung mit der FPÖ? Ja genau, also dieser Kontakt war sehr interessant für uns. Das war eben diese Visitenkarte, die Strache mitgeschickt hat an seinen Kabinettschef. Das war die von Bisslinger. Und der ist in den vergangenen Jahren vor allem in Deutschland durch sein Umwerben von Politikern aufgefallen. Es gibt da verschiedene Medienberichte, denen zufolge zum Beispiel der SPD-Politiker Lars Klingbeil vom Verfassungsschutz, dem Deutschen, gewarnt wurde. Er solle einen Sicherheitsabstand zu Bisslinger halten. Es gibt ausführliche Berichte und Recherchen, zum Beispiel im Spiegel, dass Bisslinger einen Abgeordneten der AfD, das ist jetzt schwierig das richtige Wort zu finden, aber es wird in internen Dokumenten aus Russland steht, man habe diesen Abgeordneten unter Kontrolle. Es gibt einen CSU-Abgeordneten, der sehr eng mit Bisslinger war und dann auffällig pro-russische Anträge eingebracht hat im Deutschen Bundestag. Also dieser Bisslinger ist eine ganz wichtige Person, zumindest gewesen, jahrelang. Also der ist jetzt nicht mehr in der russischen Botschaft in Berlin, sondern arbeitet im russischen Außenministerium, ist zuständig quasi für den deutschsprachigen Raum dort. Der war auf jeden Fall jemand, der, ob jetzt diplomatisch oder für Dienste, verantwortlich dafür Kontakte zu knüpfen, Politiker zu beeinflussen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Und dass Strache den eingespeichert hatte, noch dazu unter Daniel Bisslinger, Putin Russland, das sagt schon viel aus. Und Bisslinger dürfte den russischen Präsidenten auch durchaus gut kennen, war nämlich mehrfach als persönlicher Dolmetscher im Einsatz, zum Beispiel auch als Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Sochi war. Da sieht man, dass Bisslinger neben Putin gesessen ist und übersetzt hat. Also das klingt schon fast nach einem direkten Draht. Eine andere Geschichte, über die wir in Inside Austria, unserem Schwester-Podcast, zuletzt ausführlich gesprochen haben, ist die über den Wirecard-Manager Jan Marsalek, auch ein Österreicher. Und er gilt mutmaßlich als russischer Spion. Das konnten unsere Kolleginnen jetzt herausfinden. Du warst an dieser Recherche auch beteiligt. Und auch er soll Verbindungen zur FPÖ genutzt haben. Kannst du diese Geschichte kurz zusammenfassen? Ja, also wir haben herausgefunden, dass Marsalek schon im Jahr 2014 ungefähr erstmals Personen getroffen hat, die russischen Diensten zuzuordnen sind und diese Beziehungen dann immer weiter intensiviert hat, dass er auch mit der Wagner-Gruppe unterwegs war, mit der Wagner-Gruppe nach Syrien gereist ist. Also da ist schon ziemlich viel an Material vorhanden, das darauf schließen lässt, dass Marsalek mit russischen Diensten kooperiert hat. Und wir wissen, dass Marsalek zum Beispiel in der Affäre rund um den österreichischen Verfassungsschutz in den Jahren 2018 und so weiter, dass er da im FPÖ-Milieu unterwegs war. Da gibt es Chats, da läuft viel über die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, wo eben auch Johann Gudenus sehr engagiert war. Wir wissen, dass Gudenus Marsalek auch Strache vorgestellt hat, einmal kurz. Und es deutet auch sehr viel darauf hin, dass Marsalek zumindest einen Termin beim damaligen Innenminister Herbert Kickl hatte. Was als gesichert gilt, ist, dass Marsalek ein hohes Interesse am Verfassungsschutz hatte, am BVT. Und dass Personen, die sehr eng mit Marsalek zusammengearbeitet haben, dass die beteiligt daran waren, den Verfassungsschutz zu desavouieren und mutmaßlich auch geheime Informationen nach außen zu tragen. Also da kann man sagen, da ist irgendwie ein Biotop entstanden mit Marsalek, mit FPÖ-nahen Personen, teils bis hin eben zu Ministern, wo Marsalek auch Zutritt gefunden hat. Erstmal Respekt dafür, für diese kompakte Zusammenfassung. In Südaustria ist es ein Dreiteiler. Ich werde die Folgen auch noch in den Show und zu diesem Podcast verlinken. Aber was du uns jetzt schon andeutest, ist, dass wir immer wieder Verbindungen, verschiedene Stränge zwischen der FPÖ und russischen Politikern oder Diplomaten sehen. Um uns das ein bisschen besser vorstellen zu können, wie läuft das ab, diese Arbeit von mutmaßlichen Agenten? Welches Ziel verfolgen die und was bringen ihnen Kontakte zur FPÖ? Also ich glaube, das rangiert von harmlos bis gefährlich. Und man muss dazu sagen, weder ist Russland das einzige Land, das das macht. Im Gegenteil, also auch von den USA bis zu unseren anderen befreundeten Ländern, bis hin natürlich zu China, Iran etc. Also da tummelt sich sehr viel in Wien. Umgekehrt ist auch die FPÖ nicht die einzige Partei mit sehr fragwürdigen und problematischen Kontakten nach Russland oder nicht einmal zu Marschallegg. Also da gibt es auch durchaus viele ÖVP-Stränge. Das sei jetzt nur mal angemerkt, auch der Ausgewogenheit halber. Was harmlos ist, ist, also jedes Land, jede Botschaft hat natürlich das Ziel, das Land, in dem sie ist, zu verstehen und diese Informationen aufzubereiten für dann das jeweilige Außenministerium. Das heißt, man scanne einmal Medienberichte, verfolgt das politische System und dann soll es einen Schritt weiter gehen und da kommen dann vielleicht schon die Dienste zum Einsatz, dass man eben auch Informationen, die jetzt nicht so frei verfügbar sind, erlangt. Wie schaut es innerhalb der Parteien aus? Was sind da Netzwerke? Wie funktioniert dieses Land einfach? Und das sind dann diese Diplomaten und diese womöglich auch Agenten, die halt dann versuchen, Kontakt zu knüpfen mit Journalisten, mit Politikern aus den Parteien, mit Experten, einfach einmal um Informationen einzuholen und quasi strukturieren und kartografieren zu können, wie dieses politische System funktioniert in dem Land, damit eben dann das jeweilige Heimatland die Außenpolitik besser anpassen kann und wissen kann, was da zu erwarten ist. Aber natürlich kann es auch viel weiter gehen, kann es natürlich auch zu einer Manipulation und zu Beeinflussung kommen, sei es das Geld gezahlt wird, entweder an Individuen oder an die Partei, damit zum Beispiel im Sinne des jeweiligen Landes Anträge eingebracht werden, bis hin zu Geheimnisverrat, Verrat von Interna und so weiter. Also da gibt es eine ganz bunte, eine ganz breite Palette von Dingen, die da passieren. Diese mutmaßlichen Agenten treten natürlich nicht offiziell als solche auf, aber gibt es da Schätzungen dazu, wie viele Agenten sich zum Beispiel unter Diplomaten befinden? Also es verschwimmt teilweise auch. Man sagt oft ein Drittel der Diplomaten in einer Botschaft. Also ich würde sagen, in Wien gibt es schon tausende Spione, wenn man jetzt alle verschiedenen Länder zusammenfasst. Das auf jeden Fall. Jetzt wurden erst am Mittwoch in Österreich zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Russland hat heute mit der Einbestimmung des österreichischen Botschafters reagiert. Weiß man, wie das zusammenhängt? Also hängt das auch damit zusammen, und dass das mutmaßliche Spione waren? Also Österreich, glaube ich, weiß von sehr vielen Personen, die für russische Dienste zum Beispiel arbeiten und die eine diplomatische Akkreditierung haben. Und es ist bei weitem nicht so, dass man immer alle sofort, wenn man draufkommt, dass die für Dienste aktiv sind, rauswirft aus dem jeweiligen Land. Im Gegenteil, also zuletzt gab es zum Beispiel einen recht langen Artikel in der Financial Times, wo eigentlich der Sukkus war von Aussagen von Geheimdienstmitarbeitern und Europäischen, dass das manchmal gar nicht so zielführend ist, wenn man Spione ausweist, weil wenn man sie hier hat, weiß man wenigstens, wer sie sind und hat sie vielleicht auch schon ein bisschen bearbeitet und im Visier. Deshalb, es hat immer einen spezifischen Grund, wenn Spione ausgewiesen werden, mutmaßliche. Das kann damit zu tun haben, dass sie es vielleicht übertrieben haben. Es kann aber auch parteipolitische oder innenpolitische Gründe haben oder außenpolitische Gründe haben, dass andere Länder sagen, vor allem Großbritannien macht da immer sehr viel Druck, sagt, ihr müsst jetzt auch ein Zeichen setzen, ihr müsst auch jemanden ausweisen. Warum genau das jetzt in Österreich bei diesen zwei Diplomaten passiert ist, das ist für uns noch nicht klar nachvollziehbar. Was wir aber zum Beispiel feststellen können, ist, dass seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs schon mehrere russische Diplomaten ausgewiesen wurden und genau zu diesem Ukraine-Krieg hat die FPÖ auch eine ganz spezielle Haltung. Wir werden darüber jetzt gleich mit unserem Europakorrespondenten Thomas Mayer sprechen. Vorher gibt es aber eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück. Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten. Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte. Der Standard, der Haltung gewidmet. Thomas Mayer, du bist, wie gesagt, Europakorrespondent vom Standard, berichtest meistens aus Brüssel oder Straßburg und dort ist diese Woche eine ganz spezielle Delegation angereist. Was war da los? Also anders als bei dem, was wir bis jetzt gehört haben über geheime Kontakte der FPÖ zu Russland, ging es auch um Russland, um die russische Politik, um Putin, um den Krieg in der Ukraine. Aber die FPÖ hat hier ganz offen agiert. Ging es nicht um Geheimaktionen, sondern der Spitzenkandidat für die Europawahl, der Delegationsleiter der FPÖ, Harald Wilimsky, ist angereist mit einer größeren Delegation von Österreichern, die er vorgestellt hat als die freie Presse von Österreich und hat dann einen Auftritt genützt, um seine ganz spezielle Russland-Politik der FPÖ und für den Wahlkampf zu erklären. Aber bevor ich da im Detail darauf eingehe, vielleicht noch zur Erklärung, in welchem Ambiente hat sich das Ganze abgespielt. Es ist ja so, das Europäische Parlament tagt einmal im Monat in Straßburg. Die Privatsitzung fiel dort statt, auch mit den ganzen Abstimmungen zu den Richtlinien, Gesetzen und so weiter. Und da gibt es dann von den einzelnen Länderdelegationen im Vorfeld immer Briefings, also zumeist eher Hintergrundinformationen für die dort anwesenden Journalisten. Und das machen alle fünf Delegationen aus Österreich. Und zu diesem Zweck kommen die Abgeordneten in den Presseraum, wo die Journalisten sitzen, wo normalerweise Politiker nichts verloren haben, wo wir arbeiten und wo vor allem auch keine Kameras mitfilmen. Und diesmal war es eben so, und das war das Ungewöhnliche, dass Wilimsky mit seinen Abgeordnetenkollegen Mayer und Haider gekommen ist, begleitet von dieser großen Gruppe mit zwei Fernsehkameras. Und das ist schon einmal als seltsam aufgefallen. Und wo man sich gefragt hat, was ist eigentlich los, wer ist das, der da kommt? Und dann hat das Briefing begonnen und Wilimsky ist relativ schnell zum Thema Russland- bzw. Ukraine-Krieg gekommen. Er hat also dann, ich würde sagen, emotional, nicht so ruhig und sachlich, wie bei dem Hintergrundgespräch, sondern eindeutig für die Mikrofone, für die Kameras vorgetragen, was er nennt, eine Friedensinitiative der FPÖ für die Ukraine. Also das geht so ungefähr so, der Krieg, das Sterben muss sofort aufhören, man muss dringend mit Putin und mit Russland verhandeln, man muss die Verhandlungspartner an einen Tisch bringen und so weiter. Er hat dann auch Donald Trump ins Spiel gebracht, der anders als Joe Biden, wenn er wieder ins Amt kommt, die USA zu einer Friedensversion machen wird. Er hat dann zum Beispiel auch gesagt, auch der Papst ist dabei, der ja jetzt dazu aufgefordert hat, dass die Ukraine die weiße Fahne ist. Das war so ungefähr das Ambiente seines Vortrags. Ich muss sagen, das hört sich jetzt nicht unbedingt wie ein klassisches Briefing oder Hintergrundgespräch an. Schon während er gesprochen hat, habe ich mir gedacht, das ist aber sehr seltsam, er spricht ja nicht zu uns, sondern er spricht eindeutig für die Kameras und für die Bilder, die dadurch entstehen. So ging das dahin, aber wir haben uns da zunächst einmal gar nicht so viel gedacht im ersten Moment, was daraus noch entstehen könnte. Und dann kam es zu einer, wie immer, ganz normal, zu einer Fragerunde mit den Journalisten. Und ich habe dann Willimski zunächst gefragt, warum sind hier Kameras dabei? Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Hintergrundbriefing? Wie sonst immer? Oder wird hier mitgefilmt und mitgeschnitten? Und er hat dann das Ganze sofort zu einer Pressekonferenz erklärt, also zu einem offiziellen Auftritt eines Abgeordneten. Jetzt muss man aber wissen, Pressekonferenzen finden natürlich jede Menge statt bei einer Plenarsitzung, aber in ganz eigenen Räumlichkeiten. Die Politiker müssen das beantragen bei der Parlamentsverwaltung und kriegen dann einen Raum zugewiesen. In dem Fall war das sozusagen eine spontan von ihm erklärte Pressekonferenz. Er wollte dann natürlich damit sagen, dass alles ist öffentlich und für die Öffentlichkeit bestimmt. Und das Zweite war dann, dass er dann auf die Fragen, wie er denn jetzt die Friedensverhandlungen, er hat nämlich Wien vorgeschlagen, als Auftragungsort, wie das denn gehen soll, wie er das konkret meint, wie man Putin nach Wien bringt und so weiter. Da wurde es dann ein bisschen aggressiver und in dem Zusammenhang hat er dann begonnen, plötzlich Journalisten zu attackieren, so als links-linke Kriegstreiber. Das hat er übrigens auch vorher über die Europäische Union gesagt, die Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, eigentlich eine Kriegstreiberin. Er hat das polarisiert und versucht, einen Gegensatz aufzubauen zwischen der etablierten europäischen Politik, bei der die Journalisten mitspielen, auf der einen Seite und der FPÖ auf der anderen Seite, die eigentlich die eigentliche Friedenspartei ist und die in der Ukraine endlich zu einem Ende des Sterbens beitragen will. Das ist sozusagen passiert und man wusste also dann ziemlich genau, aha, das ist eigentlich nicht jetzt gemacht für diese Plenarwoche, die aktuellen Abstimmungen in der Stadt finden zu den Sachthemen, sondern es hat sich angefühlt zunächst wie ein Setting, wo halt Filme gedreht werden für spätere Wahlkampfclips. Was meinst du, warum macht er das? Warum macht die FPÖ das? Also für mich war ganz klar, dass das eine Positionierung ist für den Europawahlkampf, der in den nächsten Wochen ja anlaufen wird. Wir haben am 9. Juni Wahlen, das ist in nicht einmal elf Wochen. Das steht also praktisch vor der Tür. Das ist der politische Teil des Ganzen. Die FPÖ wird sich im Gegensatz zu den anderen Parteien ganz scharf positionieren, im Sinne von, wir sind gegen die Sanktionen gegen Moskau, gegen Russland, wir sind gegen die EU-Hilfe für die Ukraine, also alles Politik, wo sie ohnehin schon Position bezogen hat. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass das noch ganz scharf zugespitzt wird, indem man das auch dann sagt, wir sind gegen diese Europäische Union, wie es dann immer heißt, die ja zum Kriegstreiber geworden ist. Das ist natürlich eine etwas absurde Sicht, weil wir ja natürlich wissen, dass den Krieg ja Wladimir Putin und Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Stellt man ihm die Fragen danach, dann passiert eben das, das ist ganz interessant, dreht er sozusagen das um und sagt, ja, ja, da wird die Wahrheit immer verdreht und sie verteidigen ja nur diese Europäer, diese Kriegstreiber, die Sanktionen ausgesprochen haben und die die Waffen in die Ukraine liefern. Wir sind ja die Friedensfürsten, die da dagegen halten und eben für Frieden sorgen wollen. Das ist das Setting, das sich für mich als Wahlkampf klar abzeichnet. Aber es geht auch noch um einen zweiten Aspekt und da komme ich dann zu dem, was der Fabian Schmidt uns vorher erzählt hat, wie arbeitet man mit der Öffentlichkeit? Wie versucht man sozusagen Informationen so zu drehen, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, eigentlich sind der Westen, die Europäische Union, die NATO die Bösen und nicht Russland. Und da schließt sich der Kreis. Und da muss man sich jetzt ganz genau anschauen, wer waren diese, ich sage es bewusst so, unter Anführungszeichen, Journalisten, die die FPÖ da ins Parlament eingeschleust hat. Ich sage gleich vorab dazu, das war ganz legal, diese Gruppe wurde angemeldet als österreichische Journalisten. Die haben vom Parlament offenbar ohne eine Sicherheitsüberprüfung, die wir normalerweise machen müssen, Presseausweise gekriegt, sogenannte Tagesausweise, und damit können sie sich innerhalb des Parlaments und in den Räumlichkeiten bewegen. Das heißt natürlich nicht, dass es erlaubt ist, dass man überall filmen und aufnehmen darf. Das ist normalerweise sehr streng geregelt, man muss da ansuchen. Aber diese Gruppe hat das eben genützt, um Journalisten bei der Arbeit zu filmen, Abgeordnete, die vor dem Plenarsaal sind, auch abzulichten und das Ganze zu dokumentieren. Und im Verlauf des Tages, von Dienstag und auch gestern, hat sich dann herausgestellt, dass hier ganz offensichtlich das systematisch gemacht wird. Das waren nicht nur Erinnerungsbilder, sondern es sollten offenbar Journalisten dokumentiert werden, wie sie hier in Straßburg arbeiten. Und das war dann schon erstaunlich, weil sowas hat es meines Wissens überhaupt noch nie gegeben, dass hier eine Gruppe ins Parlament kommt, bis direkt vor die Türen des Plenarsaales, um hier sozusagen für ihre eigene Ideologie, für ihre Wahlkampagnen offensichtlich filmen zu drehen. Das war das Auffällige, was passiert ist und das ist natürlich nicht in Ordnung. Es hat auch jetzt sofort begonnen, aufgrund einiger Beschwerden, dass die Parlamentsdirektion sich damit befasst und dieser Fall wird natürlich untersucht werden. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Dann schauen wir uns das doch gleich noch an, wer denn diese Gruppe war. Fabian, ich glaube, du hast sogar eine Teilnehmerliste, richtig? Ja, also wir haben eine Teilnehmerliste beim Standard liegt uns vor und das sind eigentlich alte Bekannte. Also wer sich seit Jahren mit dieser Szene beschäftigt, kann die meisten dieser Namen sehr schnell zuordnen. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, dem ich diese Liste gezeigt habe, der Bernhard Weidinger ist dort Rechtsextremismus-Experte, der sagt, die Reisegruppe bildet das gesamte Spektrum an sogenannten Alternativmedien ab, die in den letzten 15 Jahren im Vorfeld der FPÖ aufgebaut wurden und weist darauf hin, dass einige dieser Medien als rechtsextrem zu klassifizieren sind. Also da tummeln sich ehemalige Kader der Identitären Bewegung, da tummeln sich Mitarbeiter der FPÖ, die aber dann plötzlich als Journalisten auftreten. Da ist das identitären nahe Medium InfoDirect dabei, das seine erste Ausgabe mit dem Cover Wir wollen einen wie Putin bestückt hat und das sein Magazin zum Beispiel beim russischen Ball in Wien vorgestellt hat und seine Server nach Moskau verlegt hatte. Also man sieht da, das ist eine sehr kuriose Truppe, die die FPÖ da versammelt hat. Die FPÖ selber spricht davon, dass man auch Medien, die keine staatliche Presseförderung und Regierungsinserate bekommen, dass man denen ermöglichen will, sich ein Bild vom EU-Parlament zu machen, aber vielmehr ist das einfach eine Art von Agitationstrupp der FPÖ, der wie gesagt auch teils aus Mitarbeitern der FPÖ besteht. Also da verschwimmen die Grenzen völlig und es ist eigentlich eine Propagandamaschinerie, die da zum Einsatz kommt. Wenn ich das vielleicht noch ganz konkret ergänzen darf, es hat sich zum Beispiel ein Herr Schafmüller als Chefredakteur vorgestellt, des Mediums InfoDirect, das Fabian gerade genannt hat und ich habe das selber gesehen. Der ist mit einer Kamera filmend herumgegangen, er hat bei einem ORF-Kollegen von hinten gefilmt, in sein Notebook hinein, was ganz ungewöhnlich ist. Er hat einen ORF-Kollegen, der einen Live-Aufsager für den ORF, für das Fernsehen gemacht hat, vor dem Plenarsaal gefilmt und es haben sich auch Kollegen von der ARD offiziell beschwert darüber, dass sie bei ihrer Arbeit von anderen Journalisten aus Österreich gefilmt werden. Das sind also ganz ungewöhnliche Vorgänge, die zu überprüfen sind und das kann man nicht so einfach damit erklären, dass man sagt, naja, wir haben einen Ausflug nach Straßburg gemacht, das sind freie Medien und wir wollten uns einmal das Parlament anschauen, wie das von Ihnen her funktioniert. Es ist schlecht und einfach nicht gestattet, dass man Journalisten bei der Arbeit ohne deren Zustimmung, muss man betonen, abbildet, filmt und schon gar nicht, dass man in deren Aufzeichnungen hineinfilmt. Also dieser Herr war sehr auffällig, also es besteht überhaupt kein Zweifel, dass das nicht einfach eine normale journalistische Arbeit war, um über die Politik des Europäischen Parlaments und der Europäischen Union zu berichten. Man kann das auch bereits sehen in verschiedenen Homepages, da kann vielleicht auch Fabian da Konkreter ist dazu sagen, das wird ja auch schon publiziert, genau das, was in den letzten zwei, drei Tagen in Straßburg passiert ist, wird schon für Propagandamaterial und Filme verwendet, wo auch der Herr Wilimski im Interview dann erscheint, vor dem Plenarsaal in den Gängen stehend, also mit schönen Bildern aus dem Inneren des Parlaments, sozusagen aus dem Herzstück der Europäischen Demokratie und das ist natürlich, wenn man das sozusagen kommentieren müsste, ein schöner, unter Anführungszeichen, Propagandaerfolg der FPÖ. Sie können damit so tun, als seien sie quasi voll etabliert und als seien ihre Positionen, die sie da zum Ukraine-Krieg einnehmen und wie sie Journalisten attackieren, eigentlich ganz normal. Tom, was würdest du sagen, von dem her, was du jetzt diese Woche beobachtet hast, was du sonst in Brüssel-Straßburg mitbekommst, inwiefern zeigt sich deiner Ansicht nach der Einfluss Russlands auf die EU-Politik der FPÖ? Also ich würde der FPÖ jetzt nicht unterstellen wollen, dass diese Aktion mit diesen angeblichen Journalisten auf eine russische Idee zurückgeht. Das weiß ich nicht und das wäre ja wahrscheinlich auch gar nicht notwendig, das wäre wahrscheinlich zu hoch gehängt. Aber dass es hier den russischen Einfluss gibt, dass es die Versuche aus Moskau gibt, sei es über Social Media, sei es über, wie wir vorher lange gehört haben, über Spione, sei es über Verbindungsleute, die in Brüssel oder in anderen Hauptstädten sitzen, hier Einfluss zu nehmen auf die europäische Politik, vor allem aber destruktiv zu sein, die Demokratie in Frage zu stellen, unsere Institutionen in Frage zu stellen. Daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen. Das ist ja alles vielfach untersucht und wir wissen, dass seit Ausbruch oder seit dem Angriff, muss man sagen, Russlands gegen die Ukraine haben sich diese Tätigkeiten extrem verstärkt. Also da wird sozusagen der heiße Krieg, den Putin in der Ukraine führt, wird in Form eines künstlichen, eines Cyberkrieges auf europäischem Boden in den EU-Staaten, in den EU-Institutionen fortgesetzt. Und deswegen nehme ich persönlich diese Vorfälle im Europäischen Parlament sehr ernst, weil wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, was bedeutet das, wenn in Österreich registrierte extreme Rechte, deren journalistische Tätigkeit zumindest mit Fragezeichen zu versehen ist, ins Herz der Demokratie, in Straßburg, ins Europäische Parlament mit Presseausweisen eindringen können, ohne dass es dazu eine Sicherheitsüberprüfung gibt. Das sind auch Fragen, die wir der Spitze des Europäischen Parlaments, den Fraktionschefs, stellen werden, die noch zu klären sind, aber dazu ist es im Moment noch zu früh. Wir sind noch sehr nahe an diesen Vorfällen, die es auch zu klären gibt. Was würdest du aber sagen, was bringt es denn der FPÖ oder was erhofft sich die FPÖ vielleicht davon? Also in diesem Fall ist das für mich ganz klar, es geht darum, den Wahlkampf in Österreich zu bestreiten. Ich würde es so einschätzen, dass die FPÖ, die ja immer schon sehr EU-skeptisch, bis EU-feindlich war, diesmal noch einen Zahn zulegen wird. Es ist ganz klar erkennbar, dass die Europäische Union, wie man dann immer sagt, so wie sie ist, diese Europäische Union komplett in Frage stellt, sagt, wir wollen eine andere Union, nicht diese zentralistische, kriegsgeile Gemeinschaft, die in Brüssel im Moment am Ruder ist. Das wird sich im österreichischen Wahlkampf nach meiner Einschätzung sehr stark abbiegen. Und da werden die anderen Parteien sehr zu tun haben, meine Einschätzung nach, da dagegen zu halten. Weil wir wissen, es gibt eben ein Drittel der Wählerschaft, die ist überhaupt nicht EU-begeistert, sondern zum Teil sehr skeptisch. Das vermischt sich auch mit Impfgegnern und allen möglichen Dingen, die da zusammengerührt werden. Also für mich war dieser Auftritt im Parlament ganz klar, dass hier eine sehr scharfe Wahlkampfbahn der Freiheitlichen im Anrollen ist. Und die stützt sich auf zwei Dingen. Erstens frontale Konfrontation mit der Europäischen Union. Und zweitens gegen den Ukraine-Krieg. Wir sind neutral. Wir sind für den Frieden. Im Gegensatz zu allen anderen, die die ukrainische Regierung mit Waffen unterstützt, mit Geld unterstützt. Und wir als freiheitliche Partei, wir halten da dagegen. Das sehr grob geschätzten in anderen Themen natürlich werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen in Österreich erleben. Gegen den Ukraine-Krieg könnte man noch deuten für Russland. Was bedeutet denn das jetzt nicht nur für Österreich, wo die FPÖ ja in den Umfragen durchaus vorne liegt, sondern auch für ganz Europa, wenn sich eine Partei eben wie die FPÖ auch für Interessen Russlands einsetzt? Naja, wir müssen dazu sagen, dass die FPÖ ja nicht die einzige rechte Partei ist in Europa, die diese Linie fährt. Sie ist ja da im Boot mit Parteien in vielen anderen Ländern. Da muss man dazu zählen, die Liga Nord in Italien, Matteo Salvini, der ja auch in der Regierung sitzt. Dazu muss man unbedingt natürlich berücksichtigen, die AfD in Deutschland, die eine ganz scharfe Linie fährt gegen die Europäische Union, auch vom EU aus zu Deutschlands spricht, wenn es gelegen kommt, die auch sagt, dass sie eigentlich für den Frieden in der Ukraine sind und so weiter. Da könnt ihr jetzt Niederlande nehmen, Gerd Wilders und so weiter und so fort. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie auf die Frage, wie halten sie es denn mit Putin, zwar sagen, ja, ja, natürlich, wir geben schon zu, Putin hat den Krieg begonnen, aber damit endet auch die Kritik. Und dann sozusagen wird das umgedreht und es richtet sich die Kritik nur noch gegen die Europäische Union und gegen die Europäische Partner. Also das ist sozusagen kein Einzelfall, die FPÖ, sondern die FPÖ ist da sehr wohl in einem engen europäischen Verbund mit anderen rechten und rechtspopulistischen Parteien, die eine ähnliche Wahlkampflinie auch zeigen werden im kommenden Europawahlkampf. Auch dazu haben wir schon einmal ausführlicher gesprochen und zwar wieder in unserem Schwester-Podcast Inside Austria. Da ging es Anfang des Jahres darum, wie die FPÖ und rechte Parteien die EU erobern wollen. Auch diese Folge verlinke ich in den Shownotes. Für heute sage ich aber euch beiden einmal vielen Dank für das Gespräch Fabian Schmidt und Thomas Mayer. Gerne. Sehr gerne. Bei uns gibt es jetzt gleich noch den Meldungsüberblick mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie es noch nicht haben, dann abonnieren Sie diesen Podcast, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück. Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise. Die Behörden haben alles richtig gemacht. Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Videoplattform TikTok soll in den USA verboten werden. Dafür hat das US-Repräsentantenhaus gestern am Mittwoch gestimmt. Laut dem Gesetz muss die chinesische Mutterfirma ByteDance TikTok verkaufen, so dass sie keine Kontrolle mehr darüber hat. Ansonsten könnte die App in den USA nicht mehr heruntergeladen werden. Hintergrund, ist der Verdacht, die chinesische Regierung könnte über TikTok Daten absaugen oder die US-Bevölkerung beeinflussen. Einen potenziellen Käufer für die App gibt es aber noch nicht. Wenige Konzerne dürften dafür genug Geld haben und Tech-Firmen wie Facebook oder Google hätten wohl zu viel Marktmacht, wenn sie auch noch TikTok übernehmen. Profitieren würden diese Firmen wohl am meisten von einem TikTok-Verbot. Wenn es denn kommt. Ob das geschehen wird, ist nicht ganz sicher. In den letzten Stunden hat TikTok bereits Nachrichten an UserInnen geschickt, um Stimmung gegen das Gesetz zu machen und auch LobbyistInnen und Influencer wurden eigens nach Washington eingeflogen. In Europa steht ein solches TikTok-Verbot übrigens nicht im Raum. Zweitens. In den Niederlanden wird der Rechtspopulist geert Wilders doch nicht Premierminister. Das hat er heute Donnerstag auf X angekündigt. Wilders hatte im vergangenen Jahr bei den niederländischen Parlamentswahlen mit Abstand den ersten Platz gewonnen, obwohl er seit Jahrzehnten mit rassistischen Äußerungen auffällt. In der EU arbeitet Wilders außerdem eng mit der FPÖ zusammen und ist damit Teil des massiven Rechtsrucks, der sich zuletzt in vielen Ländern beobachten lässt. Eigentlich hätte Wilders ja nach den erfolgreichen Wahlen auch den Posten des Premierministers für sich reklamieren können. Es wollte aber keine gemäßigte Partei mit ihm zusammenarbeiten. Und selbst unter den rechten Parteien konnte man sich nicht auf ihn als Chef einigen. Wie es mit der Regierung in den Niederlanden jetzt genau weitergeht, das ist noch unklar. Und drittens. Heute am 14. März ist Pi Day, benannt nach der Kreiszahl Pi. Sie wissen schon, 3,14, 15, 9 und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt abgelesen. Keine Sorge, ich kann Pi nicht auswendig. Passend zum Pi Day ist unter MathematikerInnen gerade wieder eine hitzige Diskussion hochgekocht. Ein Mathe-Fan hat nämlich auf X behauptet, wenn man die Zahl Pi dreimal mit sich selbst potenziert, also Pi mal Pi mal Pi mal Pi, dann könnte eine ganze Zahl herauskommen. Also eine Zahl ohne Kommastellen. Pi ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es unendlich viele Kommastellen hat. So mancher Mathe-Nerd kennt sie vielleicht auswendig und fragt sich, wie soll da bitte eine Zahl ohne Kommastellen herauskommen? Die Antwort, wir wissen es nicht. Aber wir können auch nicht beweisen, dass es nicht so ist. Denn dafür müsste man die erste Trillion an Kommastellen der multiplizierten Zahl überprüfen. Und das kann bisher noch kein Computer auf der Welt. Bis es soweit ist, bleibt uns nur eines, zurücklehnen und Pi, also in dem Fall Kuchen essen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Wenn Sie jetzt noch einen weiteren Standard-Podcast hören möchten, dann empfehle ich die neue Folge von Besser Leben. Dabei geht es diesmal um getrennte Schlafzimmer, denn manchmal kann es Beziehungen gut tun, wenn jeder im eigenen Bett schläft. Besser Leben gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Wir freuen uns immer über Feedback oder sonstige Anmerkungen. Und wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Abo, alle Infos unter abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge haben außerdem Scholt Wilhelm und Tobias Hulub mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Hefa Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft. Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten bescheiden lassen. Ich bin Scholt Wilhelm. Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.